Herzlich Willkommen im schönen Anglikon in der Schweiz. Wir sind Jenny und Louis und wir sind die Swiss Bricks Builder. Wir lieben Klemmbausteine und möchten euch an unseren Erfahrungen teilhaben lassen. Heute ein kleines Weihnachts-Special. Wir haben hier schon Weihnachten geschmückt, auch Jenny und mich mit so einer lustigen Zipfelmütze, damit ihr auch wisst, dass bald Weihnachten ist. Und so haben wir euch auch ein weihnachtliches Set mitgebracht. Es ist das Funhole House of Sweets mit der Setnummer F9009. Das Thema von diesem Set ist Weihnachten und es beinhaltet 986 Teile. Gekauft habe ich es im Bricks House für 89,90 €. Besser gesagt, ich hatte einen kleinen Rabatt. Das Bricks House hat fast jede Woche den Weekend-Hit und dort war es rabattiert und daher habe ich das auch dann mitgenommen, als es rabattiert war. Der Teilepreis mit 89,90 € ist 9,1 Rappen pro Teil. Ist in Ordnung für ein Set. Ist in Ordnung, eher im oberen Rappenpreis angesiedelt, aber wir sehen dann später. Es hat auch noch Elektronik verbaut und wie die ist, zeige ich dann später auch und ob sich dann die neuen Rappen auch gelohnt haben. Das Set ist aus dem Jahr 2023. Also ganz neu. Ich würde sagen, ganz neu. Ich glaube, letztes Jahr zu Weihnachten gab es dieses Set noch nicht. Der Bauspass vom Set. Das Design und die Farben, also das Design, man sieht es sehr weihnachtlich. Es ist wirklich eine schöne weihnachtliche Stimmung mit den ganzen Schnee-Andeutungen hier auf dem Lebkuchenhaus. Wie hast du die Farbtreue von deinem Set erlebt? Es ist noch schwierig. Es gibt hier keine wirklich grossen Flächen mit einer Farbe, aber die Farbtreue im grossen und ganzen würde ich sagen, sehr gut. Also zum Beispiel beim Weiss, all die weissen Farbtöne wirklich das gleiche Weiss und die Teils auch nicht wirklich zerkratzt und von daher auch nicht große Farbunterschiede. Auch bei allen anderen Farben, bei Brown, diese Nougat-Töne, musste ich sagen, Farbtreue wirklich ganz okay bis eigentlich gut. Die Schachtel war extrem gefüllt. Ich habe die Schachtel heute nicht mit dabei. Ich habe die bei mir zu Hause noch bereitgelegt, zusammen mit den Ersatzteilen und der Anleitung. Habe dann aber die Kleider eingepackt, um das Video aufzunehmen und die Box zu Hause stehen lassen. Das kann manchmal passieren. Es ist halt auch so, wir reisen ja immer zu Sascha an und dann, wenn man was zu Hause vergisst, ist da Pech. Genau. Ich werde euch ein Foto machen von der Box und von der Anleitung und auch vermutlich von den Reserveteilen, weil die habe ich auch extra eingepackt. Es sind doch recht viele Reserveteile. Qualität der Steine, Klemmkraft und Haptik der Steine. Dort habe ich auch reingenommen, dass bei diesem Set eine Pinzette mit dabei ist und die ist richtig cool. Jenny hat die auch schon benutzt und zwar haben wir die bei mir bei 500 to Moon in meinem Brickling Store. Genau, um die Teile aus dem Ding rauszuzählen und wir haben auch Pinzetten von Balodi oder von Lotz. Die sehen alle etwa gleich aus und die ist viel flexibler und ist weniger, ist auch so abgerundet. Das heisst, man macht auch sicher keine Kratzer in die Teile. Genau. Und man kann extrem fein die die Teile herausnehmen. Super Pinzette, auch für Brickling Tender. Genau. Was ein bisschen schade war bei der Pinzette hier, bei dem Set, ich habe sie doch eins, zweimal gebraucht. Sie hat nicht so viel Druck, wenn du sie ganz zusammenpresst. Also du kannst die Teile nachher, wenn du sie irgendwo im Haus drinnen anmachen musst, die Teile flutschen ein bisschen mehr von der Pinzette. Da ist die von Balodi besser. Aber um wirklich ganz fein die Steine zu nehmen, ist die Pinzette hier von Funhole extrem gut. Die Klemmkraft der Plates ist brutal bei diesem Funhole Set. Also unten bei den Plates, bei der Base, hatte ich mir wirklich gewünscht schon. Es gibt dieses typische Muldking-Hämmerchen, die auch in vielen Reviews wird das ja erwähnt. Und da hätte ich, glaube ich, fast gerne so ein Hämmerchen gebraucht, um die Plate zusammen zu pressen. Bis auf eine einzige Plate, hält wirklich alles bombenfest. Hier unten in den Rundungen gibt es immer so eine kleine Wedge Plate. Alle halten gut bis auf eine, die fällt immer ab. Aber im grossen und ganzen Klemmkraft wirklich sehr gut, auch von allen anderen Steinen. Die Bauschritte sind unterteilt und ich hatte pro Bauschritt ziemlich genau 45 Minuten Bauzeit. Es gibt, wenn ich richtig liege, sechs Bauschritte im Gesamten. Also länger gebaut, dass es so aussieht. Eigentlich von der Grösse. Ja, tatsächlich. Ja, es sieht nach sehr schnell aus, aber doch hat es doch einige Bauzeit gekostet, auch weil es viele Deko-Teile hat. Und wie bekannt ist, bin ich nicht der schnellste Bauer. Vielleicht jemand, der immer ganz genau schon sieht, wohin. Der weiss sicher, schneller wo was hinkommt und kann das auch schneller bauen. Bautechnik und Stabilität. Zum Teil war es friemelig, zum Bauen. Also es hat sehr viele kleine Deko-Elemente und ab und zu war es auch schwierig beim Andrücken der einzelnen Deko-Elemente. Zum Beispiel hier beim Eingangsdach, wenn ich hier die Deko-Elemente andrücken wollte, gab es zum Teil, dass man nicht gut hinten dagegen halten kann. Das war ein wenig schwierig. Schwierig zum Bauen und was dieses Set nicht hat, sind sehr wenige Snot-Bautechniken, also wo die Stuts nicht on top sind. Das ist eigentlich wirklich von dem her ein Standard-Set. Also nichts, wo ganz spezielle Bautechniken verbaut sind, die um die Ecke gehen oder wo man eine Bodenplatte oder etwas macht, indem man die Steine ablegt, also die Stuts auf der Seite sind. Die Elektronik ist so verbaut, dass man das Lebkuchenhaus modular trennen kann. Das heisst, man kann hier den oberen Teil von der unteren Base abnehmen und das ist sehr speziell gebaut. Das ist so, dass der untere Teil hier im Drehmechanismus drinnen eine Plate hat mit so silbriger Elektronik wie aufgedampft und der obere Teil hat eine Plate mit Pins, die hat viele Pins, die rausstehen und die Pins berühren nachher die untere Elektronikplatte und so gibt die Elektronikplatte nachher den Strom weiter an das obere Haus und das haben sie so gemacht, dass das obere Haus dann drehbar ist. Kannst du es wegnehmen? Ich könnte es wegnehmen. Ich weiss nicht, ob ich das jetzt sofort machen möchte, weil ich bin nicht ganz sicher, ob ich es dann wieder drauf bringe. Wir können es probieren, wenn du das möchtest. Hier gibt es aber ganz sicher noch eine Detailaufnahme, weil die Kamera sicher zu weit weg ist. Hier sieht man diese Elektronikplatte, wo es drauf ist. Genau und auf dieser Seite ist die Plate mit den Pins. Die wird auf dieses runde Bauteil hier aufgeklebt mit einem Klebeband. Man muss den Kleber abziehen, dann wird das hier aufgeklebt. Also theoretisch, wie gesagt, kann man das abnehmen, um zum Beispiel etwas zu reparieren oder an der unteren Base etwas zu verändern, sodass man nicht das ganze Haus hochheben muss oder auch um es besser transportieren zu können. Ja. Wie ist denn das mit der Elektronik, die hier aufgebaut ist? Bringst du die nachträglich an oder? Nein, die Elektronik ist so verbaut, dass man sie vorzu einbauen muss. Also in den einzelnen Bauschritten kommt immer wieder mal ein Elektronikbauteil rein. Zum Teil ist es sogar hier bei den Beleuchtungen so, dass man zuerst diesen LED-Stud andrückt an der Lampe, der Rest der Kabel raushängen lässt, dann ein bisschen weiter baut, die Kabel versteckt, zum nächsten Lämpchen geht, das beleuchtet ist dann wieder, die Noppe andrückt in der Lampe und den Rest wieder sein lässt und so weiter. Also so wird nach und nach die ganze Elektronik reingebaut. Die Qualität der Anleitung. Die Anleitung ist extrem gut gemacht und ich habe dann beim Bauen auch rausgefunden oder vor dem Bauen habe ich mal gesucht auf der Funhole Webseite und sie haben alle Bauanleitungen auch als PDF, genau auch wie Lego. Das war wirklich extrem hilfreich. Ich habe das Set mit der PDF-Bauanleitung aufgebaut, so dass man auf dem Tisch ein wenig Platz sparen kann und das hat auch wirklich gut funktioniert. Ich bin normalerweise nicht der Fan von PDF-Bauanleitungen. Meistens baue ich mit dem Büch rein, aber hier bei dieser Bauanleitung von 4Range, sie haben sich wirklich extrem... Funhole. Den Fehler habe ich heute schon mal gemacht mit 4Range. Funhole natürlich. Sie haben das wirklich extrem gut gemacht, so dass man bei Detailansichten wirklich den Zoom hat in die genaue Detailansicht hinein und der Bauschritt, der nachfolgende ist auch so gemacht, dass die neuen Teile rot umrandet werden. Kommen wir zum Spielspass, zu den Features oder Besonderheiten von dem Set. Ist es ein Spielset oder eher ein Displayset? Wie sind die Spieloptionen und wie ist die Stabilität beim Spielen? Wir sitzen im Dunkeln, aber so können wir die Beleuchtung von dem kleinen Häuschen zeigen und ich finde die Beleuchtung von dem Haus ist extrem gelungen. Sie haben hier bei den Lampen jeweils einen Beleuchtungsstein reingemacht. Jenny dreht für euch das Häuschen einmal. Es hat eine Drehkurbel und an dieser kann man das Häuschen drehen und zwar so lange und so oft. Man möchte in eine Richtung, da ja wie gesagt keine Kabel verbaut sind, sondern die zwei Bauteile aneinander schleifen während dem Drehen. Auch die Beleuchtung auf dem Dach wirklich ganz schön gemacht. Das sind Stuts, die schon von Anfang an eine LED drin verbaut haben. Das heißt, die sind schon mit der LED fest verbunden und die drückt man dann auf dem Dach an. Genauso hier bei den oberen Lollipops. Die Beleuchtung sind auch so Stuts mit LEDs drin und dann werden links und rechts diese Radardisches verbaut, sodass das beleuchtete Lollipops gibt. Im Grossen und Ganzen muss ich sagen, gefällt mir das wirklich extrem gut als Dekoration und die haben das wirklich extrem süss gemacht. Auch hier ein kleines Glasfenster sowie ein Kirchenfenster. Auf dieser Seite, ihr werdet das in der Kamera vermutlich nicht sehen, aber auch das ganz schön gemacht. Das ist eigentlich so eine Plate, die man drehen kann. Die zweiteiligen oft sind Stühle drauf verbaut, so zum einen Drehstuhl bauen. Einfach ist nur das Unterteil und der obere Teil fehlt an dieser Drehteller. Kommen wir zum Fazit und der Kritik vom ganzen Gebäude. Die Batterien halten extrem lange. Also ich war wirklich erstaunt. Ich hatte das mit dabei an einer Klemmbausteinbörse am letzten Sonntag in Uster und wir haben das Häuschen mit der Beleuchtung den ganzen Tag einfach durchbrennen lassen und die Batterien immer noch top, also die Leuchtkraft fast wie am Anfang. Nach acht bis neun Stunden Dauerbetrieb war noch nichts zu sehen davon, dass die Batterien irgendwie an der Leistung verloren hätten. Es war auch ein Publikumsmagnet. Alle wollten das Set anschauen. Das ist auch wirklich hübsch. Es ist ein extra Hingucker mit der Beleuchtung. Ich finde es mega. Und wie ist das mit der Beleuchtung genau eigentlich? Löscht die von selber aus oder? Nein, leider nicht. Ja, leider nicht. Die Beleuchtung hat nur einen An-Aus-Schalter. Also die Batteriebox wirklich nur An- und Aus. Ich kenne das von den neueren Beleuchtungssets für Weihnachtsdekorationen. Bei mir zu Hause habe ich fast nur solche, die man drücken kann und dann ist wie ein eingebauter Timer und so circa nach vier bis sechs Stunden löscht das automatisch ab. Das hat es hier bei diesem Lebkuchenhaus leider noch nicht. Ich habe mir aber so ein Beleuchtungsset gekauft und ich wollte das eigentlich umlöten auf so eine Batteriebox, weil die haben genau gleich viel Betriebsspannung, also auch 4,5 Volt mit drei Batterien. Aber das Kabel war mir dann zu dünn, um es im Vorne rein, bevor wir das Video aufgenommen haben, schon zu machen. Eventuell versuche ich es nach dem Video noch. Was ich nicht so cool finde an dem Häuschen, sind die Minifiguren. Es hat zwei Minifiguren mit dabei. Für mich sieht es so aus, als wäre das Hänsel und Kretel, die zum Lebkuchenhaus gehen. Also so schaut es jedenfalls aus. Es gibt eine männliche und eine weibliche Figur. Ja, die sind wirklich extrem hässlich. Aber von mir aus hätten sie die sparen können, weil die würde ich auch als Deko-Element nicht unbedingt aufstellen. Die Arme sind hinten bei den Schultergelenken extrem dünn und werden immer dicker gegen vorne, gegen die Hände. Was mir schon mal nicht gefällt. Genauso auch wie die verbauten Hände. Also auch die nicht wirklich schön gemacht. Also es sieht so ein wenig aus wie ein umgedrehter Popeye-Arm. Von mir aus lieber keine Figuren und nur das Häuschen für die Weihnachtsdeko. Aber ja, eventuell gefallen sie jemandem hier nicht unbedingt. Ich hatte sie mit dabei an der Messe. Wir hatten sie auf dem Häuschen drauf. Aber ich könnte gut verzichten. Was wir noch nicht gesagt haben, ist, dass sich noch andere Dinge bewegen bei dem Set. Genau. Also nicht nur das Häuschen dreht, richtig. Hier, wenn man an der Mechanik dreht, bewegt sich, ich weiss nicht genau, was das darstellen soll. So sieht es aus wie eine Zuckerwatte. Ah ja. Und hier ein Kuchen oder sowas in die Richtung, der so hoch und runter geht. Genau. Ist eigentlich noch nett gemacht. Also allgemein, ich finde das Häuschen wirklich nett gemacht. Für mich war es nicht ganz so entspannend zu bauen bei der Elektronik. Ich hatte ein bisschen Mühe, um die Kabel immer wieder richtig reinzubringen. Das hast du ja schon öfters gemacht als ich. Ich habe einfach nicht so die Geduld dafür. Und das war für mich nicht ganz so schön ein bisschen zu bauen. Also bei dem Set lohnt es sich wirklich, sich die Mühe zu nehmen, das einzubauen, weil das Set lebt auch ein bisschen von der Beleuchtung. Aber ich bin nicht ganz so ein grosser Fan von diesen Beleuchtungssets, weil es mir einfach fast ein wenig zu anstrengend ist. Und somit komme ich noch zum Rating ganz zum Schluss. Die Komplexität dieser habe ich bei diesem Set tatsächlich eine 5 gegeben. Und von mir her einfach die 5, weil es doch recht schwierig war für mich die Kabel einzubauen. Ich glaube für andere Personen wie dich ist das nicht ganz so schwierig. Du hast schon sehr komplizierte Dinge verkabelt. Ich habe einfach die Geduld nicht und für mich eine Komplexitätsstufe von 5 und nicht wirklich entspannen. Also ich war immer ein wenig wie auf Nadeln, dass ich ja nichts an den Kabeln kaputt mache, eine Noppe aufdrücke und das Kabel trenne. Also am Schluss wirklich einmal die Batteriebox an und gebetet bitte alle Lämpchen leuchten noch. Und zum Glück war es dann so. Stabilität habe ich eine 3 von 6 gegeben. Es ist ziemlich stabil. Es gibt ein, zwei Teile, die eben nicht so gut halten. Man sieht es ja. Aber 3 wäre ja ungenügend, oder? Wir haben das ja nach Schweizer Notensystem vergeben. Stimmt, eine 3 wäre demnach ein wenig ungenügend, dann könnte man eine 4 geben. Ich denke, also so wie ich das erlebt habe, auch mit dem Trennen, man kann es anfassen, ohne dass irgendwas abfällt. Das stimmt. Ich würde eigentlich, ich finde 3 sehr hart bewertet. Gut, wir können zu einer 4 tendieren. Es sind auch nicht die wirklich relevanten Teile, die unten abfallen, sondern so eine Wedge Plate, die nicht wirklich wichtig ist. Einige will uns auf eine 4. Jenny hat recht, war ich vielleicht ein wenig zu hart in der Kritik, auch weil ich die Kritiken gleich während dem Bau geschrieben habe. Vielleicht war ich auch ein wenig frustriert, was eben ab und zu etwas abgefallen ist beim Reindrücken und von daher könnte man auch sicher eine 4 geben, ist immer noch sehr gerechtfertigt. Und der Bauspass eine 4. Ich denke, für jemand, der sich sehr gut mit den Elektronikteilen auskennt und für den das kein Problem ist, auch eine 5 vielleicht sogar. Weil im Grossen und Ganzen hat das Haus sehr viel Spass gemacht zum Bauen. Gerade in der Vorweihnachtszeit, vor dem ersten Advent, wenn man wirklich ein wenig in die Stimmung reinkommt, ist es wirklich ganz cool zum Bauen. Ich habe die 4 gegeben aufgrund des Einbaus der Elektronik. Das hat mich einfach immer wieder aus dem Bauspass ein wenig herausgenommen, aber sicher im Grossen und Ganzen eine 4 oder sogar eine 5. Also ich muss sagen, wo du das Häuschen mitgebracht hast, war ich schon ein bisschen traurig, dass ich das Funhole-Set, das mir gefallen hat, nicht gekauft habe. Jetzt habe ich richtig Bock, mal Funhole auszuprobieren. Ja, wahrscheinlich gibt es dann auch mal ein Funhole-Set von mir. Es kommen, glaube ich, nächstes Jahr wieder neue Sätze raus, so wie ich auf der Webseite auch gesehen habe. Also ich fand es eigentlich, es ist auch mega innovativ mit dieser Drehplatte, finde ich. Da wünschte man sich, andere Anbieter würden auch mal was Innovatives rausbringen. Genau. Also im Grossen und Ganzen eine Kaufempfehlung von dem Haus. Ich würde es allen empfehlen, die Spass haben an solchen weihnachtlichen Sets und das ist meine erste Erfahrung mit Funhole, aber ich habe auch schon gehört von vielen anderen Bauern, dass Fun halt gute Qualität ist. Also von daher würde ich auch Funhole eine Empfehlung aussprechen. Der heutige Hashtag ist ZimmetssternHoneyGern, ist ein Schweizer Weihnachtslied, das man bei uns in der Weihnachtszeit singt. Also alle Schweizer Zuschauerinnen und Zuschauer werden diesen Hashtag oder dieses Lied sicher kennen. In dem Sinne wünschen wir euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Geniesst die Weihnachtstage. Bis bald. Tschüss zusammen. Ciao zusammen. Ich kenne das Lied nicht. Ich auch nicht. Zimmetsstern, Hannigan, Mailander, Liao. Zähnsthaft? Nein, ich auch nicht. Was sind die für Fälle? Kann ich nicht mehr? Ja, mach nicht mehr. Dann gab es kindergarten.